Sagen Sie mal, wir haben gerätselt und gerechnet, in wie vielen, kommen Sie ruhig ein Stück mit, in wie vielen Talkshows sind Sie insgesamt gewesen? Kriegen Sie es hin? Kommen Sie mit ihm. So weit, wie weit, ja. In wie vielen Talkshows sind Sie gewesen? Naja, also 52 dürften es heute sein. 52 Talkshows, sind Sie ganz sicher? Ja, ich bin der festen Überzeugung. Bei uns waren Sie ja noch nicht. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auch, denn jetzt sind Sie in meiner gewesen. Tschüss, Herr Bürger. Danke, tschüss. Falls Sie, liebe Zuschauer, mich jetzt möglicherweise für unhöflich halten sollten, ich versichere Ihnen, das Gegenteil ist der Fall. Bitte erlauben Sie mir noch ein Zitat von Herrn Bürger. Ich will bumsen und nicht diskutieren, hat er gesagt. Und ich will diesen Mann wirklich nicht aufhalten.